Wir sind im Zustand des Gehirn-Antriebs. Ich weiß, der Name klingt sehr komisch, aber es ist wirklich krass und wir gehen damit weiter. Die anderen attacken von 12 Uhr. Wir kommen in 1 Minute. Der Mann wird uns mit Hyper-Velocität und attacken von hinterher. Was? Was bedeutet das? Meine Macht ist Precognition. Das stimmt. Die anderen sind in Point Alpha. Und drei sind in den Seto-Plantien, der aktuellen Position ist. Wow. Naomi, connect to SAS mit mir. Team, it's time to clean up these others. Take them down while we make our way to Point Alpha. Understood. Okay. Okay. Wow. Ich muss erst mal einen rauskriegen, das habe ich keine Sorgen. Okay, und? Nervt mich schon mal. Komm schon, jetzt stirb. Und er ist raus. Und jetzt stirb einfach. Bäm. So, wollen wir sehen. Alter! Naja, du kannst mir sehen, du Kek. Also von daher halt's Maul. Und? Okay. Du musst die Seiten zerstören. Dann ist der... Oh, shit. Der hat auf mich aufgesehen, der Kek. Oh Gott. Alter. Schnell gucken. So, komm schon. Hey, ich... Wo ist der? Alter. So. Ja. Wow. Komm her raus, wo ist der? Komm. Geil, dass er nicht gebracht hat. Alter. Alter. Oh. Und? Nicht gut, der will mich. Komm schon, der stirbt doch gleich. Oh, komm schon. Der kann nicht lange nehmen, ey. Ich hab dir doch den E-Point zerstört. Oh mein Gott. Wir haben uns ja besiegt, aber ernsthaft. Holy fuck. Das war... Wow. 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 Schnell. Komm. Danke. Go. All in. Los geht's. also jetzt verrecke ich bin bereit oh mein gott auf die fresse das war nicht schlecht also das war der hälfteste gehörnantrieb meines lehms der hälftigste nur dann weiter geht's wir müssen auf die ziel kommen das kann ich ja nicht benutzen ist hier noch was? ne wir gehen da weiter mal gucken auf die karte wir sind jetzt hier das ist ja lang wir müssen jetzt den bann auf so weit clear und dann da ist ein speicherpunkt den sehe ich erstmal speichern das wäre erstmal gesavet und dann gehen wir erstmal links aufräumen das wäre erstmal da erstmal gesavet und dann können wir uns mit Bosskämpfen hinter dran ich will aber vorhin nochmal sagen da hat danke dann wollen wir mal ich muss da lang komm hab ich hab ich ich bin hier oben oh nicht schlecht haben wir die speedbonus? ok cool wir gehen rein es ist Kyoka Platoon es ist Kyoka Platoon es ist Kyoka Platoon die Interferenz von den Extinction Bumpen at this rate lose contact Wataru get those communicators back up is there anyone else Point Alpha Survivors Captain the ceiling is starting to crack dammit evasive maneuvers evasive maneuvers Kyoka Platoon disperse they're coming from above they're coming from above Captain Seto Skukumi Skukumi get out of there Skukumi Skukumi Nagi watch out get out of the way Kasane Kasane look out run thank you you saved me is everyone all right? Gimma Garrison and Tsugumi Nizar reporting in there are two more nearby Yuito you alive? Nagi where are you right now? next to the rubble I'm with Naomi let me reboot the GPS what's wrong? Nagi others are attacking from all around us Nagi is gah Naomi this is bad there are too many others we have to hurry I'll clear the rubble there are too many I'll help Naomi 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 are you okay? I'm okay I just hurt my leg a little I'm gonna kill it I will once I kill it you handle things over there you handle things over there I will once I kill it you handle things over there fine Sugumi understood okay Damage I'll do it I think Hanabi is with Captain Seto I'm worried about what happened oh my god I don't know I'm going to kill it I'm going to kill it let's take care of these guys first let's go let's go let's go I'm going to kill it you Kek alter 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 jetzt verreckt doch der Schell ist broken give it everything you have Angriff jetzt verreckt doch eigentlich und zerstört der erste ist raus alter ooooohh kom schon verreckt sehr gut den rum den hab ich Nagi thanks man Naomi I'm okay I'm heading to Naomi Naomi watch out Naomi 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 Oh mein Gott, das... Oh mein Gott, das ist ein Boss. Okay. Okay. Alter, komm! Ja, das hat ein Misspott. Das muss sein, das ist ein Misspott. Oh mein Gott. Ja, das hat ein Misspott! Ja, das ist ein Misspott. Wow So ist das. Der ist eigentlich wachstellig am Pinten. Oh mein Gott. Okay. Okay. Tassel. Come on. Tassel. Oh mein Gott. Komm. Schnell weg. Scheiße. Hier hat mich einer. Ach scheiße. Der hat schon viel verloren aber vielleicht auf den Kampf ist er noch durch, bevor es vorbei ist. Oh mein Gott. Der Kapitalkor hat gedacht. Schnell weg hier. Ja. Okay. Das war den erstmal ziemlich zittert haben. Ich seh ihn noch. Kannst du von mir nicht verstecken. Ja. Jetzt geh ich voll on in hier. Komm schon. Komm schon. Der hält nicht mehr viel aus. Lasse. 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 Das war volles Risiko. So. Aber der hält nicht mehr viel aus. Aber der hält nicht mehr viel aus. Der ist sehr schwer. Der ist ein Problem, aber der ist nicht inkludiert. Hier geht's. Der geht nicht mehr. Der ist ein Problem. Aber der ist ein Problem. Das ist ein Problem, zu einem Spenden. Ich muss das nicht mehr tun. Not better, in the boss. You have strong abilities to move something that size. Wait! Where did you send Naomi?! Hey, Kasane! Wait! Dammit, the rubble... What is this? An ampule. It has Seiran's emblem on it. What was that? Naomi, she's... she's... Nagi, calm down. How am I supposed to calm down? What the hell is that? Look, I don't know either. I don't know what's going on, but we have to do something. Sorry, I know now's not the time to panic, but what do we do? The person with the most experience here is... No. This is beyond what I can handle. Look at what happened when Kyoka put me in charge of the platoon. Okay, then let's do this. I'll go after Kasane. Nagi, go report to the Frontline Command and tell them what happened. No, I'll go with you. Not with that leg you're not. Sugumi, you go with Nagi. Seems like we can't get a hold of command because of the signal interference. Okay. Be careful. You too. Gemma. If you were put in charge of Kyoka platoon, that means Kasane is your subordinate, right? I need you to come with me as her acting commander. You're right. Copy that. So, then we're going to continue the mission. Oh my god. This will be a huge fun. But first of all, we have beaten a hard boss, which cost me almost everything. And you see, where we are now, you've been betrayed. For me, this is almost like a hell of us. Come on. Come on.